Jetzt bin ich bereit zum Schreiben. Aber wie fange ich jetzt an? Bei dir sieht das immer so leicht aus. Vielleicht kann ich einfach nicht schreiben. Oder gibt es da irgendein Geheimnis, das alle außer mir kennen? Nein, kein Geheimnis, aber verschiedene Schreibstrategien. Jetzt am Anfang könntest du zum Beispiel mal die Eichhörnchen-Strategie ausprobieren. Eichhörnchen recherchieren erst einmal gründlich und sammeln viel Literatur. Sie schreiben nicht von vorne nach hinten, sondern arbeiten immer an der Stelle weiter, die sie gerade besonders interessiert. Dadurch wird es den Eichhörnchen beim Schreiben selten langweilig. Wenn sie mal stocken, springen sie einfach zu einer anderen Textstelle oder buddeln noch ein bisschen mehr Literatur aus. Na gut, das kann ich ja mal ausprobieren. Hey, das klappt ja wirklich. Aber irgendwie habe ich mir bisher nur die Rosinen oder auch die Nüsschen rausgepickt. Ich habe das Gefühl, die wirklich schwierigen Textteile schiebe ich auf. Wie kann ich denn jetzt weitermachen? Wenn du mit einer Strategie nicht weiterkommst, versuch eine andere. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Abenteurer. Der Abenteurer schreibt einfach drauf los, ohne vorher lange nachzudenken. Ihm kommen die meisten Ideen nämlich erst beim Schreiben. Und deshalb weiß der Abenteurer nie, wie sein Text später aussehen wird. So bleibt das Schreiben ein Abenteuer. Ist leicht und macht Spaß. Und ruckzuck ist ein ganzer Stapel an Texten entstanden. Das hört sich gut an. Du hast recht. Mir sind während des Schreibens wirklich noch viele gute Ideen gekommen. So könnte ich ewig weiterschreiben. Hm. Aber irgendwie habe ich jetzt viel zu viele Ideen. Und einige davon haben nicht mehr viel mit meinem Thema zu tun. Ich glaube, mir fehlt der rote Faden. Wenn du den Überblick verloren hast, könnte Planen als Strategie ganz hilfreich sein. Der Planer überlegt sich nämlich jeden Arbeitsschritt ganz genau, bevor er mit dem Schreiben anfängt. Er macht sich erst eine ausführliche Gliederung und legt seine Inhalte vorher fest. Seinen Plan arbeitet er dann Schritt für Schritt ab. So weiß er immer, was er als nächstes zu tun hat. Einem Plan folgen. Das hört sich einfach an. Wenn die Struktur erst fest steht, muss ich den Text ja bloß noch runterschreiben. Das sollte kein Problem sein. Manchmal bringt ein wenig Planung zwischendrin wieder Struktur rein. Aber achte darauf, dass du keinen Tunnelblick entwickelst. Schau ab und zu mal nach rechts und links. Sonst entgeht dir vielleicht eine gute Idee. Die Struktur ist mir jetzt klar, aber irgendwie gefällt mir das alles nicht. Meine Formulierungen klingen nicht so, wie ich mir das vorstelle. Verstehe. Die Suche nach der perfekten Formulierung bringt deinen Schreibfluss ins Stocken. Dann versuch doch jetzt mal das Mehrversionsschreiben. Wenn Mehrversionsschreiber nicht weiterkommen, verfassen sie einfach mehrere Texte. Und nicht nur einen einzigen. Das nimmt dir den Druck, auf Anhieb die perfekte Endfassung schreiben zu wollen. Aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ich brauche doch schon für diesen einen Text ewig. Ja, das denkt man erst. Aber Mehrversionsschreiber müssen sich nicht an einzelnen Formulierungen aufhalten. Und die erste Version muss auch nicht gleich perfekt werden. Ganz nach dem Motto, viele kleine Texte und dafür viele gute Ideen. Deshalb haben Mehrversionsschreiber am Ende eine breite Auswahl an Textteilen. Aus den guten machen sie dann eine Endversion. Und unterm Strich dauert das auch nicht länger. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Beim Schreiben gibt es nicht die eine richtige Vorgehensweise. Wenn ich beim Schreiben stocke, muss ich einfach meine Strategie ändern. Dann komme ich gut voran. 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 Untertitelung des ZDF, 2020